Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Es wird nochmal Zeit, dass ich hier ein zum Seasonende letzter Chance Video mache, was mir allerdings wirklich diese Season etwas schwer fällt, muss ich sagen, denn die Helden haben ja noch keine eigene Klasse. Es ist also wirklich schwer auszusprechen, welcher Held wird es wert sein und welcher Held wird es nicht wert sein. Das kann man tatsächlich nur einschätzen und vor allem auf seine bevorzugte Spielweise fixieren sozusagen. Das heißt, wenn man gerne Entdecker spielt, würde ich natürlich einen Entdecker empfehlen. Nur mal so am Rande. Wir gehen aber auch gleichzeitig über den wöchentlichen Shop drüber. Bei den Eventgegenständen, den Wukong, den habe ich euch bereits vorgestellt, beziehungsweise auch die Klasse Berserker, muss man wirklich nicht unbedingt kaufen. Kann man auch aktuell noch, solange die Season noch gilt, aus dem Mondlamas ziehen. Da gibt es mehrere Berserker, die man ziehen kann. Zwei verschiedene, ich glaube Renegade und Headhunter. Und der Wukong ist bloß eine mythische Variante. Wie gesagt, muss man nicht haben. Wäre eine teure Variante, weil man es halt auch wirklich für Tickets kriegen kann. An sich, in Kurzform, für die Leute, die die Videos nicht gesehen haben, eine sehr ordentliche Klasse, lässt sich gut spielen. Ist aber auch eine aggressive Klasse, mit der man ziemlich häufig in der Menge drin sein muss. Dadurch, dass man die Schockwelle häufig spammen kann, wenn man sein Schild verliert. Und lässt sich ansonsten auch sehr gut spielen, weil durch den Kriegsschrei und durch die lähmenden Schüsse macht man relativ viel Schaden pro Schuss. Plus er erhöht, wo habe ich es? Wo habe ich es? Genau, hat noch erhöhten Schaden von den Verwundbarkeitsstapeln. Das heißt, auch schnelle Waffen profitieren stark von der Klasse. Als Bonus finde ich ihn sowieso ganz super. Also, einen Berserker als Bonus sollte man zumindest mal zur Hand haben. Sturmgewehrschaden erhöht, wenn man es auf drei Sterne entwickelt, diesen Helden. Dann hat man 24% mehr Sturmgewehrschaden. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Flugpionierin habe ich euch bereits in Season 6 vorgestellt. Und zur Season 6 habe ich euch auch gesagt, ist eine ganz nice Heldin für den Spaß zwischendurch. Allerdings wirklich Endgame-mäßig eher so ein Funheld kann man nicht gerade hauptsächlich benutzen. Dadurch, dass zum Beispiel die Abklingzeit vom Geschütz leider nur neu startet, wenn das Geschütz bereits weg ist und nicht wenn das Geschütz platziert ist. Deshalb finde ich gerade die Flugpionierin ist wirklich ein Funheld. Kann man aber auch nur für Verteidigungsmissionen spielen und dann halt auch echt gerne mal zwischendurch. Das Geschütz macht schon gut Schaden, ist aber auch nur für einen kurzen Zeitraum nützlich. So, Waffenlagerslots. Da brauche ich euch nichts zu sagen, außer nochmal den Hinweis für die neuen Spieler, die jetzt im letzten Sale dazu gestoßen sind. Das sind nicht eure Inventarplätze, sondern wenn man auf euer Waffenlager geht und dann seht ihr es hier schon. Skizzen. Ich kann zum Beispiel 835 tragen. Wenn ich mir jetzt Waffenlagerslots kaufen würde, wenn ich mir jetzt einen kaufe, dann habe ich 836 Skizzenplätze. Achtet auch darauf, eure Skizzen werden rot markiert sein und ihr könnt damit nichts anfangen, wenn ihr auf der linken Zahl vom Schrägstrich mehr Skizzen im Inventar habt als auf der rechten Zahl. Wenn ich jetzt 836 von 835 hätte, dann könnte ich die überschüssige Skizze nicht benutzen. Nochmal als Hinweis am Rande. Kleiner Tipp, zwischendurch reingehauen. So, Itemshop zurück. Bazooka, ganz ehrlich, für alle, die sich nicht den Knecht Ruprecht gekauft haben, es tut mir wirklich leid, wenn ihr euch den nicht gekauft habt. Der war nämlich richtig genial und für den Preis, der hatte auch 1680 Gold gekostet, ist es ein absolut göttlicher Werfer. Wenn ihr allerdings einen Werfer noch braucht, der viel Schaden auf einen Fleck macht, dann würde ich euch auf jeden Fall die Bazooka empfehlen. Zusätzlich würde ich sagen, ist aber nicht eure erste Wahl hier im Shop, weil sie könnte theoretisch auch auf der rechten Seite im wöchentlichen Shop irgendwann mal für diese täglichen Münzen, die man sowieso nie los wird, auch mal kaufen. Die Zuckzuck ist eine absolute Fun-Pistole, habe ich noch nie ein Review darüber gemacht, werde ich glaube ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Es ist wirklich eine Fun-Pistole, macht relativ viel Spaß, ist aber relativ unnütz. Raufbold in Luna, also Raufbold als Ninja-Klasse, lasst es einfach sein. 2800 Gold ist es nicht wert. Verteidiger als Scharfschützen, sollte man auf jeden Fall einen gelevelt haben, ist immer ganz cool, wenn man eine Gruppenmission hat und die Verteidiger platziert. Hier nochmal einen Tipp am Rande reingeschmissen, wenn ihr Verteidiger platziert und ihr seid schon vier Spieler in der Lobby, dann könnt ihr nur einen Verteidiger am Verteidiger-Posten spawnen, wenn ihr in einer Gruppenmission seid. Wenn ihr in einer normalen Mission seid, dann könnt ihr nur, zum Beispiel wenn ihr drei Spieler seid, einen Verteidiger platzieren. Wenn ihr zwei Spieler seid, dann könnt ihr zwei Verteidiger platzieren, ihr könnt quasi nur die Gruppe auffüllen. Allerdings könnt ihr in einer Gruppenmission bis zu vier Verteidiger hinsetzen und ich finde Scharfschützen-Verteidiger sind auf jeden Fall sehr sehr nützliche. Für mich sind es die nützlichsten Verteidiger, weil ich denen eine Verheerer in die Hand drücke und dann schießen sie einfach durch die Wände alles ab. Decken-Elektrizitätsfeld ist auch ganz nett zu haben, macht nicht so viel Schaden, ist aber sehr nützlich, wenn Wassergegner spawnen und ich platziere durch die günstigen Kosten, ein paar Schrauben, ein bisschen Roherz, Mineralpulver und ein paar Batterien, Batterien hat man sowieso meistens an Mass, platziere ich ziemlich häufig über dem Spawn von Gegnern. Wenn der Wasser-Spawn ist, erstens bringt es viele Kampfpunkte, zweitens erleichtert es die Mission, weil sie den ganzen kleinen Scheiß einfach aus dem Weg räumen. Und dann kommen wir schon zur sehr schweren Auswahl im Event-Shop. Was heißt schwere Auswahl? Den hier habe ich ganz vergessen. Also falls ihr den noch nicht gekauft habt, den legendären Überlebenden, das sollte definitiv euer erster Kauf sein und das zu jeder Season. Das heißt jetzt, wenn in ein paar Tagen Season 8 kommt, sollte euer erstes Gold auch in den legendären Überlebenden fließen, denn wenn wir mal nochmal auf die Überlebenden gucken, zack zack auf die Teams, es ist sehr wichtig, dass ihr zumindest die Überlebenden auf legendär habt, die Anführer sowieso auf dem höchsten Häufigkeitsgrad, der da sein sollte. Habe ich aber auch Videos zugemacht bereits, wie man das alles macht und arrangiert, dass es auch nützlich ist, um möglichst hoch zu kommen im Level und damit es euch was bringt. Also, legendäre Verteidiger, legendäre Überlebende, nützlich. Definitiv euer erster Kauf, bitte. Ja, Cloak Shadow, ich denke, jetzt kann ich wirklich nur äußern, ja, was ich vermute, es ist davon nichts bestätigt. Ich habe auch gerade eben auf Reddit gelesen, dass in den nächsten Tagen endlich der Blogpost zum Heldensystem kommen soll. Ich schätze, dass das Update, das Seasonende ist am Donnerstag, das heißt, ich hoffe mal, das Update kommt vorher. Ich will nicht erst am Donnerstag das Update haben, weil dann würden wir Donnerstag wieder erst verspätet eine Shop-Waffe kriegen. Ja, Helden-Update, haben wir noch keine Infos zu, wird Anfang nächste Woche was dazu kommen. Erstens von mir, zweitens von Epic Games. Da machen wir es andersrum, Epic Games gibt uns die Info, ich gebe die Info weiter. Dieser Held wird verändert, er wird kein Scharmützer bleiben, das heißt, wir können nur sagen, wer gerne Ninja spielt und wem der Skin gefällt, ja, der sollte sich den kaufen, aber gehen wir erstmal über nützlichere Sachen. Hier haben wir noch einen Ninja. Ich müsste tatsächlich, wenn ich reinrate, würde ich tippen, dass Endgame-mäßig mit höchster Wahrscheinlichkeit der Gefrierpunkt Zenit, der Entdecker, das Nützlichste sein wird, was ihr kaufen könnt hier im Event-Shop von den zufälligen Helden. Und ich muss den wirklich als zufälligen Helden betiteln, also den Zenit, Lux, Eiskönig und den Cloak Shadow. Das sind zufällige Helden, weil wir wissen nicht, was daraus gemacht wird. Allerdings von der Nützlichkeit her denke ich wirklich, dass der Entdecker, ja, das Beste losgezogen hat. Bonus und Perks brauche ich gar nicht drüber reden, ist leider so, weil wir wissen nicht, inwiefern wird er Teddy-Schütze bleiben, wird er das überhaupt in irgendeiner Hinsicht, vielleicht ist er nach dem Helden-Update ein kompletter Schockturm-Spezialist, Schockturm-Schütze, was weiß ich. Ich würde aber, wie gesagt, tippen, er wird der Nützlichste sein. Und, ja, jetzt in den zweiten Platz würde ich tatsächlich vom Gedanken her den Eiskönig schieben. Konstrukteur, ähm, relativ nicer Skin, ja, vom Aussehen her, und Konstrukteure sind sowieso größtenteils unterbewertet. Aber man muss echt reinraten, was wird aus ihm, wird er richtig gut, wird er mies, wird er unspielbar, keine Ahnung. Also, mythische Lux Kassandra, hier haben wir schon, ähm, habe ich euch schon mal gezeigt, zweimal bereits, diesen neuen Angriff gesehen. Hier, die Lux bekommt nämlich, wo habe ich, den Drachenschlag ersetzt. Schwanz ist Drachen, äh, hier, Drachenschlag ab Level 5. Das hier bekommt sie ersetzt, dafür kriegt sie das Kunai-Gewitter, und wir wissen zumindest, dass der Lux mit dem Kunai-Gewitter ungefähr drei Sekunden oder zwei Sekunden in der Luft schweben kann, und in dieser Zeit, die ihr in der Luft schweben könnt, könnt ihr schießen. Das ist alles, was wir wissen, deshalb würde ich definitiv sagen, es ist wahrscheinlich, definitiv sagen, wahrscheinlich, mhm, merkst du selber, André, das wird ein Held werden, eher Fun-mäßig, also Fun-Ninja-mäßig, von der Nützlichkeit her, denke ich eher nicht, dass es gut sein wird, weil die Zeit, die man so in der Luft schwebt, ist man relativ langsam, und wenn ein Laser-Bruder auf euch schießt, dann seid ihr ein super einfaches Ziel, weil ihr seid über allen Gegnern, ihr seid in der Luft, und ihr seid verdammt langsam. Das heißt, so ein Laser-Bruder wird euch auch treffen in der Luft. Ja, dann, Eiskönig haben wir gequatscht, Cloak Shadow auch, Überlebende auch. Dann gehen wir nochmal ganz kurz für die Spieler, die auch im Sale dazugekommen sind, frisch über den wöchentlichen Shop, und ich möchte mal sagen, was sollte das sein, was ihr als erstes anstrebt. Als erstes solltet ihr mal gucken, dass ihr bei den Aufträgen, nicht so wie ich, ihr solltet eure täglichen Aufträge wirklich möglichst täglich erfüllen. Drei sind das Maximum, was ihr tragen könnt, 50 V-Bucks geben die erstens, und zweitens 100 tägliche Münzen, also es geben mindestens 50 V-Bucks, können bis zu 100 geben. Aber 100 tägliche Münzen ist das Interessante jetzt, denn wenn wir über den Shop gehen, sehen wir, dass immer zwei Items 700 tägliche Münzen kosten. Das heißt, sieben Tage lang tägliche Missionen machen, und dann gibt es immer eine Waffe zur Auswahl, oder eine Falle zur Auswahl. Das heißt, ihr könnt euch damit ganz gut eindecken, Fallen könnt ihr euch immer holen, ist es übrigens immer legendär, vom Seltenheitsgrad her. Also selbst wenn ihr nur die Münzen ausgebt, das Item kauft, und dann es recycelt, um Erfahrungspunkte oder Handbücher zu bekommen, ist es ebenfalls nützlich. Weil tägliche Münzen, ihr seht es selbst, ich habe 16.900, das sind 169 Tage Daily-Missionen, von denen man keine Münzen ausgibt. Und ja, 1.400 ist das Maximum, was ihr pro Woche ausgeben könnt, 700 ist allerdings das Maximum, was ihr pro Woche verdienen könnt. Solltet ihr immer mal einen Blick draufschmeißen, kann mal was Nützliches bei sein, auch gerne einfach ins Sammelalbum gucken, schauen, jo, brauche ich die Wandweile im Sammelalbum, dann gibt es mehr Erfahrungspunkte fürs Sammelalbum, und wenn ich dann jetzt zum Beispiel in die Sammlung gehe, dann sehe ich, ach cool, als nächstes kriege ich Regentropfen, die brauche ich auch. So kann man halt immer gucken und auch mal mit seinen täglichen Münzen ein bisschen Erfahrungspunkte reinschmuggeln. Dann ist immer das Erste, was ich anstrebe, tatsächlich, wo ist es hin? Ach hier, die Vorteilfix-Ressourcen. 1.000 Gold für 2.000 Vorteilfix, relativ gut, was heißt relativ, ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem wenn man bedenkt, dass die Perks, die man wechselt, nur noch 600 Vorteilfix kosten. Das heißt, ihr könnt mittlerweile 3 Perks ändern, 1.800 Gold und habt noch 200 Vorteilfix übrig. Natürlich, wenn ihr ein Element ändert, ist es was teurer. Ansonsten Vorteilplus ungewöhnlich und ebenfalls hier die seltenen. Ich finde, die lohnen sich mittlerweile gar nicht mehr, da wir als Zweinspieler auch diese mal 2 Belohnungen kriegen. Ja, zweifache Vorteilplus ungewöhnlich, zweifache seltene Vorteilplus. Das heißt, die kaufe ich ehrlich schon seit 5, 6, 7 Wochen, kaufe ich die nicht mehr. Aber was ich zwischendurch immer noch gekauft habe, sind die Kontoresourcen. Also Regentropfen, Blitz in der Flasche, Auge des Sturms und die Sturmsplitter. Das braucht ihr nämlich immer, wenn ihr etwas entwickelt, zum Beispiel von Level 10 auf Level 11. Dann müsst ihr die Sachen weiterentwickeln und da braucht ihr die Splitter, Auge des Sturms, Blitz in der Flasche und so weiter. Ansonsten, wenn ihr noch nicht volle epische Überlebende habt, 2 Stück gibt es ja jede Woche zu kaufen. 500 Gold insgesamt auch ganz schön geschenkt, ehrlich gesagt, 500 Gold, das sollte jeder auf die Reihe kriegen. Und ja, legendäre Kraftquellen braucht ihr, wenn ihr beispielsweise ein Item von episch auf legendär aufwertet. Boah, hier kommen jetzt voll die Beginnertipps nochmal rein, aber ist auch nochmal gut drüber zu quatschen. Also braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Gegenstand von episch auf legendär aufwertet, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Skizzen hier mal runterscrolle, habe ich was episches. Ja, genau. Außerdem könnt ihr so nachgucken, ja, epische Waffe hat nur 5 Perks, Häufigkeitsgrad erhöhen. Ich habe es noch nicht bestätigt, aber ich sehe, welches Perk die Waffe als 6. bekommen würde. Und wenn ich sie dann so haben möchte, mit den Perks und diesem 6., dann könnte ich hier die Aufrüstung bestätigen. Kostet mich 100 Kraftquellen, muss man 2 Wochen lang für einkaufen und lässt sich ganz gut vertreten. Wenn ich mal gucke, 750 Gold kostet das für 50 Kraftquellen, ist eigentlich auch ganz okay. Ja, Drachenfeuer habe ich auch ein Review zu gemacht. Waffenlagerslots gibt es hier genau wie auf der linken Seite. Eventshop und wöchentlicher Shop, jede Woche 10, im Eventshop 100. Und ansonsten, Knipser, Vollstrecke, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu raten. Centurio, ja, auch nicht wirklich. Konzentriert euch eher auf die Überlebenden, auf die Kontoresourcen, denn das ist das, was euch Langzeit auf jeden Fall gut begleiten wird. Ha, fiel mir dann doch nicht so schwer, nochmal ein kleines Shop-Review, Letzte Chance-Video zu machen. Und ich freue mich, wenn ihr mich natürlich auch bei Unterstützer einen Creator eintragt, mit dem Namen Evonics. Ich weiß, ihr sagt manchmal, mach die Werbung doch am Anfang davon, aber ich habe gedacht, mach es mal am Ende, für die, die bis zum Ende dranbleiben. In diesem Sinne, Outro kommt. Outro